Heute vor genau einem Monat kam Star Wars in die Kinos und genau deswegen zeige ich euch heute wie ihr diese Szene in diese hier verwandelt. Ich nehme für diesen Effekt After Effects, ihr könnt aber bestimmt auch andere Effektsprogramme wie zum Beispiel HitFilm oder sonst irgendwas nehmen. Als erstes nehmt ihr euer Video und erstellt eine neue Komposition. Ich wollte hier dann gleich eine neue Farbfläche machen, habe mir aber das Video erstmal angeschaut und es ein bisschen verkürzt und das Ende weggeschnitten und dann die Komposition auf den Arbeitsbereich getrimmt. So, ich verschneller das hier zwischendurch mal ein bisschen. So, hier habe ich dann eine neue Farbfläche erstellt, indem ich auf Ebene bin, Neu und Farbfläche. Die ganze mache ich weiß, denn das ist das Innere von dem Laserschwert. Okay, und dann haben wir hier die neue Farbfläche. Die machen wir dann mal kurz nicht sichtbar, dass wir sehen, wo wir hier genau das Laserschwert ausschneiden müssen. Dann zu der Stelle, wo das Laserschwert zuerst zu sehen ist und einfach eine Maske drumherum zeichnen. Ich habe das hier jetzt relativ genau gemacht, indem ich da nochmal ganz nah ran gesoomt habe. Ihr müsst es nicht so genau machen, aber wie gesagt, man kann es eben machen. Dann schaut es wirklich sehr gut aus, der Effekt. Und jetzt ist es wirklich ganz wichtig, ihr müsst den Maskenpfad anmachen. Wenn ihr es nicht macht, ist alles umsonst. Also einfach einmal auf den Fall klicken, dann nochmal auf den Fall klicken und ein letztes Mal auf den Fall klicken und Maskenpfad an. Wirklich sehr wichtig, merkt euch das, sonst ist die ganze Arbeit umsonst. Und jetzt müsst ihr Frame by Frame bei jedem einzelnen Bild die Maske wieder über das Laserschwert legen. Und ja, das kann ein bisschen lange dauern, deswegen habe ich das Ganze hier mal verschnellert. Ist wirklich der langweiligste Part eigentlich, aber man muss es halt machen und es schaut am Ende wirklich sehr gut aus. Also ja, dann zeige ich, dass es hier mal kurz verschnellert. Und kleiner Fact nebenbei, diese Szene, die ich da gefilmt habe, ist angelehnt an die eine Stelle aus dem Star Wars Trailer. Also ist natürlich auch in dem Star Wars Film zu sehen, aber vor allem halt im Trailer, wo Kylo Ren durch diesen verschneiten Wald läuft und dann sein Laserschwert zum ersten Mal ausfährt. Ich weiß nicht, ob ich die Szene jetzt hier zeigen darf, deswegen lasse ich es einfach mal. Ich habe unten den Star Wars Trailer verlinkt, da könnt ihr es euch anschauen, dann seht ihr, welche Szene ich meine. Und ja, ich sollte jetzt demnächst mal mit der Maske fertig sein. Jawohl, hier. Dann habe ich die Maske nochmal zu dem ersten Frame gezogen, wo das Laserschwert auch wirklich ausfährt in dem Video. Dass es nicht davor einfach so in der Luft rumhängt. Und hier habe ich dann den Clip nochmal kurz vorrennen lassen. Mache ich auch mal kurz ein bisschen schneller. Und dann muss man wieder eine neue Farbfläche erstellen. Ebene, Neu und Farbfläche. Die machen wir diesmal schwarz und ich habe sie auch schwarz genannt. Und die kommt dann zwischen die weiße Farbfläche und dem Clip, den wir gemacht haben. Und dann wird einfach die weiße Farbfläche viermal kopiert, dass man sie insgesamt fünfmal hat. Dann auf die jeweilige weiße Farbfläche klicken, zweimal auf M drücken und dann bei der ersten, bei weichen Kante, oder wie das heißt, drei eingeben. Bei der zweiten zehn, bei der dritten 30, bei der nächsten 60 und bei der letzten 120. Dann hat man dann so den Glow-Effekt bei dem Laserschwert. Also dass es auch wirklich in alle Richtungen so ein bisschen leuchtet. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, man muss es nicht so ganz genau machen, weil die Kanten, die eventuell nicht mit genau ausgeschnitten wurden, werden dann am Ende dadurch noch ein bisschen überdeckt. Dann kann man das gefilmte eigentlich auch schon löschen und das Ganze markieren, eine Unterkomposition erstellen. Ich habe das Ganze hier Laserschwert genannt. Dann wieder auf den gefilmten Clip, Rechtsklick, Neue Komposition von Auswahl oder so ähnlich. Und dann das Laserschwert da draufziehen. Dann einfach auf Mode, wenn das bei euch nicht da ist, dann da unten auf Schalter, Modi, Aktivieren, Deaktivieren und dann auf Modus, Addieren. Hier unten habe ich nochmal gezeigt, wo man draufdrücken muss, falls es nicht da ist. Dann auf Addieren. Dann habe ich hier geguckt, wo das Laserschwert auch wirklich in dem Video ausgefahren wird. Und das dann so gekürzt. Also erstmal das Ende von dem Clip, wo ich kein Laserschwert als Maske drüber gemacht habe. Und dann nochmal den Anfang, dass es hier auch wirklich genau da ausgefahren wird. Wo das Plastiklaserschwert auch in dem Video ausfährt. Dann wieder Komposition auf Arbeitsbereich, Trimmen. Dann auf Effekte, Farbkorrektur und Farbbalance. Ich habe es ja erst nicht gefunden, aber da oben ist es nicht. Farbbalance HLS. Einfach nur das normale Farbbalance. Und da könnt ihr das Laserschwert dann entweder Rot, Grün oder Blau machen. Ich habe hier mal alle Varianten gezeigt. Habe mich dann aber am Ende für Rot entschieden. Weil es eben dann dieselbe Farbe hat, wie aus der Stelle in dem Trailer, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Den Haken bei Luminanz erhalten solltet ihr warum auch immer reinmachen. Ich habe das jetzt zwar da noch vergessen, aber am Ende seht ihr, dass ich das da noch reinmache. Und die Farbe müsst ihr eigentlich nur in den Lichtern und in den Mitten ändern. In den Tiefen ändern nichts wirklich. Jetzt seht ihr nochmal das Endergebnis und dann war es das eigentlich auch schon von dem Tutorial. Ich hoffe es war verständlich und es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.